Jö, da wären wir auch schon wieder. Wir sind jetzt, äh, ich denke, wir waren irgendwo hier unten. Drehen wir das kurz um. Dum dum. Osten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oder so ähnlich. Ja. Das heißt, ich denke, wir sind jetzt an der Ecke. Und die Karte hier wurde übrigens neu gezeichnet. Vorher sah das so ähnlich aus. War also viel zu weit links auf dem Blatt. Und ging dementsprechend nicht weiter. Wir sollten also jetzt hier unten gerade sein bei der Überlappung. Das heißt, wir können jetzt hier weiter gucken. Dann können wir uns da oben auch weiter umschauen. Das ging vorher auf der Karte ja auch nicht. Und auch die Ebene hier drüber, da war die Karte so. Konnte ich also auch nicht wirklich weiter nach Westen zeichnen. Habe ich aber auch neu abgezeichnet. Ist halt hier drunter. Das heißt, da können wir uns auch in Ruhe umgucken. Ich habe übrigens noch, ähm, ne, hier auf der Etage war das nicht. Auf der Etage hier drunter habe ich noch einen Hochgang gesehen, der woanders hinführt als hier. Also das Ganze ist noch verwinkelter, als es jetzt schon in Anschein hat. Also noch mehr Potenzial für, ähm, geheime Ecken. Was doch super ist. Also von hier aus jetzt noch mal abzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Und macht einen Klick nach Süden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, bitte jetzt nicht zu tief nach unten. Fünf. Klick nach Osten. Oh, das könnte jetzt die Schnecke sein. Ich weiß, wir sind vor ein paar Folgen schon mal so ein schneckenartiges Gebilde langgegangen. Ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, schaut gut aus. Zwei, fünf. Und dann nach Norden. Da waren wir allerdings schon. Und, äh, haben auch schon die Loot. War, glaube ich, ein Zauberstab. Eins, zwei, drei. Wobei ich von den Zauberstäben halt nicht sehr beeindruckt bin. Weil theoretisch, wenn man sie findet, müsste man sie aufheben und benutzen. Damit man weiß, was sie machen. Dadurch haben sie schon mal eine Ladung weniger. Und dann kann man sie nicht wirklich auseinanderhalten für anderen Zauberstäben. Also müssen wir uns ja aufschreiben, in welchem Slot man die hin tut. Und das ist ein bisschen frickelig alles. Eins, zwei, oh. Nee, hier waren wir doch noch nicht. Das ist jetzt nicht gut. Wart mal. Eins, zwei. Okay, eins, zwei, drei. Auf dem vierten Feld geht es runter. Hier. Weil es ist denn ja Level minus zwei, wo ich jetzt hingehen würde. Ich schaue mal kurz runter. Ah, okay. Also Level minus zwei ist dann schon das Heuschreckengebiet. Mit einem Druckplattenrätsel. Ja, aber hier will ich nicht hin. Aber das ist schon mal gut zu merken, dass das so zusammenhängt und dass das nicht irgendwie nur über die Teleporter klappt. Wobei wir das, glaube ich, schon mal hatten. Gut, wir sind also jetzt hier. Ich gehe also jetzt zurück, 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 zurück. Bis hier hin. Und gucke schon, was da lang ist. Also rum, 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 rum. So, mit der Maus hier schon fast so schnell wie mit der Tastatur. Das ist super. Osten rum. So, wir stehen jetzt vor der... Oh, eine Tür ist das. Das habe ich dann auch nicht richtig eingezeichnet. So, also eine Tür und hier hinter ist hoffentlich nicht allzu viel. Nö, nur ein... Drei mal zwei Raum. Kann das doch da gemacht werden. Und dann ist der Bereich hier unten so weit. Fertig, richtig, richtig. Die beiden Türen hier müsste ich auch noch machen. Beim Kartenzeichnen habe ich die Seitentüren auf dieser Ebene und auch auf der anderen Ebene. Oh, hallo, Coilinpanther. Ups. Ich habe die Seitentüren missachtet. Weil ich ja weiß, dass bei den Seitentüren nicht wirklich irgendwas Interessantes war. Weil wir die schon ausgiebig abgegangen sind. Und ich sollte gleich unbedingt schlafen, damit das Durchkämpfe hier ein bisschen sch... Nicht schon wieder. Ich weiß nicht, woran der Bug liegt. Ja, kann ich ja mehr heilen. Ah, nicht gut. So, hier ist der Dolch-Teleporter. Habe ich jetzt auch hier markiert. Das hier ist aber, wenn ich einen Teleporter habe, mache ich dann so ein X oder Y oder ähnliches hin. Und schreibe dahinter, welchen Gegenstand man nutzen muss, um diesen Teleporter zu aktivieren. Und wenn ich den aktivieren würde, würde ich in das andere Dunkel-Elfen-Gebiet kommen. Ich weiß allerdings noch nicht ganz, wie die Dunkel-Elfen-Gebiete miteinander verbunden sind. Schaue ich dann später. So, Magie entdecken ist weg. Vielleicht geht das hier jetzt? Nö. Na gut. Dann hoffen wir mal das Beste, dass wir nicht allzu viele Coilinpanther finden. Oder andere garstigere Gegner. Das war 3x2, richtig? Ja. 3x2. Und von der anderen Seite wird es genauso aussehen. Kann ich auch später ordentlich machen. Ja, ist 3x2, aber nach oben diesmal. Ich glaube, der Raum war einfach nur voll mit Pantern gewesen. Was bei dem ersten Besuch hier doch recht jackierend war. Okay, nächster Schritt. Von hier aus zu dem von mir schon. Hallo, Panther. Von dem schon mehrfach erwähnten Raum. Das ist der, wo man unten rechts aus dem Südosten reinkommt und dann hat man vier Türen. Schmeiß ganz schön wieder liegen gerade. Speere immer schön in die linke Hand. Kleine Krammittel, der Rest liegt hinten an der Wand, richtig. Oh, die haben doch ganz schön Hunger. Das könnte sein. Oh ja. Das hätte es auch schon früher sein können, dass sie einfach nicht schlafen konnten, weil sie Hunger hatten. Na, dann haben wir noch einen Back. Okay. Wäre eine schöne Erklärung gewesen, warum sie nicht schlafen können. Weil Hunger kann schon dazu führen, dass man nicht so leicht einschläft. So, wir sind jetzt hier. Da kommen jetzt die vier Türen und die Treppe runter. Treppe runter will ich aber noch nicht gehen. Ich will stattdessen oben rum. Genau, hier geht es jetzt ganz lange bis zu einer Tür. Kommen zweimal zwei Raum und dann hat die Glasern keinen Platz mehr. Eins, zwei, drei Felder. Weitere Tür. Ich bin in der Tür drin. Eins, zwei, drei. Müsste noch bei euch zu sehen sein, ne Kamera? Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht runter. Zwei, vier, sechs, acht. Was denn hier ein wenig den Weg abschneidet? Also wenn ihr das mal anguckt, wir haben ja hier doch recht auffällige Ähnlichkeiten. Also die Türen sind alle auf derselben Höhe. Es gibt immer diese zweimal zwei Räume, die auch hier wieder auftreten. Das heißt, der Raum führt eventuell zu... Ne, die Tür geht nur nach da. Ja, hier müssten dann eigentlich Sackgassen sein. Müssen wir dann später mal gucken. Vielleicht werden die auch hier mit verbunden. Das heißt, wir haben jetzt hier einen nach da, einen nach da. Haben sofort eine Wand vor der Nase. Da geht es hoch. Da geht es schon wieder rein. Was ist hier für ein Kuddelmodel? Eins, zwei Felder hoch. Oh ja, das passt. Kommt hier eine Tür. Der müsste... Oh, warte mal. Ja, habe ich verzeichnet. Wir kommen rein, haben ein, zwei Felder. Ne, die Tür zu früh gezeichnet. Wir kommen rein, haben ein, zwei Felder nach Norden. Haben dann eine Abzweigung nach Osten. Auf derselben Höhe wie da. Und dann die Tür. Das heißt, wenn ich jetzt hier lang gucke, werde ich gleich... Okay, das überrascht mich gerade kurz. Aber ist okay. Aber hier ist dann die Tür, die wir jetzt hinten gerade sehen. Die hier. Das ist die Tür hier. Genau. Also ich gehe mal zurück. Mach da noch die losen Enden Richtung Süden rum. Hier geht es einfach nur zwei Felder runter und Sackgasse. Kann man hier trauen, Sackgasse. Scheinbar. Bisschen vertrauenswürdige Sackgasse. Gut, dann hier hin. Die Tür geht zu einem komischen Bereich. Du gehst jetzt erst mal drei Felder nach Norden. Auf der Seite. Und gehst dann gleich wieder runter. Warum auch immer. Hier einen Strich und verbindest den gleich damit. Okay, also alle drei Gänge führen quasi zu demselben Kladderattach. Die sind wahrscheinlich nur so angeordnet, damit es verwirrend wirkt, wenn man keine Karte hat. Weil wenn man sich einmal, also ohne Karte das Ganze anguckt, dann merkt man sich, aha, hier ist eine Tür, dann zweimal zwei Raum, Tür zweimal zwei Raum. Und so behält man das im Kopf. Wenn es aber mehrere Gegenden gibt, die halten, ne? Immer Tür zweimal zwei Raum, Tür. Dann ist es schwer, sich zu orientieren. Ja, hier geht es jetzt einfach hoch. Darum, darum. Und das ganze Schwarz zeichnen kann ich später machen. Okay, das heißt, es geht nur noch hier unten weiter. Ich sollte jetzt also zurück nach Süden, nach Westen. Dann stehe ich jetzt hier. Richtig? Nee, ich bin gerade hier. Ich muss noch weiter nach Süden. Süden, 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 genau. Hier ist der Gang von Westen. Wir stehen jetzt hier. Es geht nach Süden, dann nach Osten. Und hier ist so eine komische Einbuchtung von wie vielen Feldern? Zwei Feldern. Da geht es gleich wieder hoch. Osten weiter. Eins, zwei Felder. Und da ist eine Druckplatte. Und in jede Richtung geht es weiter. War hier der Dreher, wo die Gegenstände auf dem Boden lagen? Nee, das ist weiter oben gewesen. Ich gucke mal, also Osten gucken wir gerade hin. Au. Ganz normale Wurffeile. Ah, okay. Norden und Süden ist einfach nur eine Sackgasse, wo die Pfeile rauskommen. Und da vorne wird das gleiche auch passieren. Ja, da sind diese Vertiefungen, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Wird aber anscheinend nur einmal ausgelöst. Ist okay. Oh, Zeug. Jo. Auch nur einmal ausgelöst. Und sind auch nur normale Wurffeile. Ich hebe die jetzt immer auf und gucke nach. Nur für den Fall, dass eins davon so ein Adamantin-Wurffeil ist. Die würde ich mich ganz gerne behalten. Jetzt geht es da so mindestens zwei Felder in die Richtung. Und was haben wir da an der Loot? Wir haben ein Paladin-Heiliges Symbol. Was grün ist. Warum bist du grün? So, um dich besser zu unterscheiden von dem Kleriker-Symbol. Wir haben ein Helm. Gibt es mal das T-Rick? Wir haben heftiger. Heftiger da. Ach so. Kann man dich? Ne. Leider ist das ein Langschwert. Und das kann man wohl nicht dual wheelen. Gibt hier wohl noch die Regel, dass die Off-Hand-Waffe wesentlich leichter sein muss als die Main-Hand-Waffe. Ist schadest. Also ich müsste jetzt eigentlich heftige an T-Rick geben. Ich traue T-Rick nicht. Man kann abbrauen können. Gut, das macht hoffentlich gut Schaden. Dann haben wir noch ein abgefahrenes Schild. Auch T-Rick. Wir haben Plattenrüstung. Und Menschenknochen. Also das wird definitiv ein Paladin sein. Sonst würden die ganzen anderen Sachen da nicht liegen. Und ich sollte die auch mal wiederbeleben. Hängt die Paladin-Knochen an den Gürtel direkt. Das ist eine super Idee. Sehr, sehr schön. Ja. Also Paladin wiederbeleben klingt nach einer guten Sache. Das heißt, wir müssen dann eigentlich zu den Zwergen zurück. Was auch gar nicht so schlecht ist. Und zwar, wir haben oben ja noch mehrere lose Enden außerhalb des Dunkel-Elfen-Gebietes. Wobei es nicht so einfach ist, da hinzukommen. Wenn wir nämlich jetzt von den Dunkel-Elfen zurück wollen, dann können wir das ja nur über das eine Portal. Und das eine Portal führt auf Ebene 4. Also wir müssen dann von Ebene 4 nach Ebene 6 runterlaufen. Ist ein bisschen Hackmack, aber das kriegen wir schon hin. Jetzt erstmal, wir sind hier bei dem Ding. Also hier stehen wir gerade. Eins, zwei, drei. Und dann kriegen wir jetzt wieder Schaden. Süd geht es weiter. Osten und Norden sind dann jeweils. Sackgassen nehme ich an, weil sonst wären da die Pfeile nicht rausgekommen. Wäre aber auch eine schöne Stelle, um Schalter zu verstecken. Sehe nur keinen. Wurffeil, Wurffeil. Huh. Die fliegt zurück in die Löcher rein. Das waren sehr gute Würfe. Ganz toll gemacht, dass du genau da wieder reingeworfen hast, dass wir sie nicht aufheben können. Also Süd, eins, zwei. Und dann ein Knick nach Osten. Da war schon wieder so ein komisches Ding, das nicht schießen wollte. Das da. Egal. Ein nach Westen. Westen? Wie Westen? Oh. Ja. Weg damit. Ein nach Westen. Und dann ein Knick. Asyl. Kombinationsschloss. Beeilung. Oh. Ja, Beeilung ist nicht gut, wenn man nebenbei Karten zeichnen will. Also es geht jetzt, wir gucken Richtung Süden, aber ich weiß, es geht gleich schon nach Westen. Gucken Richtung Süden, es geht gleich schon nach Westen. Im Westen sehe ich aber schon eine Wand, also geht es da dann wieder runter und dann wieder nach Süden. Dann vermute ich so. Das heißt, ich nehme jetzt mal kurz den Ziffernblock. Beeilung. Beeilung. Du mich auch. Ja, ich kann mich nicht beeilen. Ja, und ich kann jetzt nicht reinlaufen, weil dann sterbe ich. Und ich kann jetzt allerdings auch nicht kampieren, weil dann... Oh, okay, ich habe nichts gesagt. Der Bug ist behoben durch was auch immer. Hauptsache ist weg. Hauptsache alle haben wieder Zauber. Heilung überhaupt. Ja, drauf treten. Wenn man sich nicht beeilt, fliegt das Ding nämlich vorbei. Du bist gemein. Also, aktivieren. Ach so. Der muss abgefangen werden. Oder? Erstmal nehme ich den Schlüssel hier mit. Der, der wird schon mal nicht schaden. So. Und es sind hier überall Schalter. Und die Tür ist zu. Ich könnte die Tür eventuell einfach mit dem Schlüssel öffnen. Aber wenn ich sie mit der richtigen Kombination öffne, spare ich mir den Schlüssel. Und kann ich so vielleicht oben oder anderweitig irgendwo einsetzen. Ich würde jetzt mal jeden Schalter einmal reingedrückt haben. Au. Ja. Sind alle reingedrückt. Tür ist immer noch zu. Also, muss man die... Muss ich wirklich beeilen? Hier macht's Klick. Bisher tue ich mir nur weh. Ich weiß nicht genau, inwiefern das vorteilhaft sein soll. rein, runter. Nein! Was ist das, was, 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 was? Talana. Konstitution 18. Ja gut, sie hat eh eigentlich zu viele Konstitutionen für den Zauber. Das ist denn schon okay. Das heißt, ich nehme das jetzt als quasi Ausrede, um zurückzugehen zu den Zwergen. Und da dann Dorum und Targur. Also auf jeden Fall Dorum auszutauschen. Erstmal gegen den Halbling. Dann gucken wir, was der Halbling so drauf hat. Und dann tauschen wir eventuell auch Targur aus gegen den Paladin. Damit wir halt einen Krieger haben, einen Paladin, einen Halbling und so weiter. Und nicht dreieinhalb Krieger, die nicht wirklich was bringen. Aber bevor ich jetzt hoch sprinte zu den Zwergen, sollte ich das ja noch zu Ende zeichnen. Also wir stehen gerade hier. Es geht nach da. Es geht nach da. Es geht nach Süden. So. Keine Zweifel da. Das war auch schon mal wieder falsch. Es geht auf der Ostwand runter. Das ist richtig. Aber bei der Westwand geht es ein nach da. Und dann in die Nische Richtung Norden. Ein wieder ab. Und noch in die Nische Richtung Norden. Dann sind das von der Nische aus. Eins. Zwei. Drei. Und dann ist im Westen die Tür. Südenwand. Ostenwand. Und direkt gegenüber von der Nordnische ist eine Südnische. Und da ebenfalls. So. Das ist der Kombinationsraum. Da mache ich mal so ein Schlüsselsymbol wieder rein. Mit so ein kotzendes Männchen. Ja. Und dann werde ich jetzt von Level Minus 1 von hier diesem Raum aus hier ganz lang huschen. bis zu dem Dolch. Da den Dolch aktivieren. In das andere Dunkel-Elfen-Gebiet. Von dem Dunkel-Elfen-Gebiet aus das andere Portal aktivieren. Mit dem man in Level 4 rauskommt. Von Level 4 nach Level 6 müsste es sein. Ich gucke mal ganz kurz. Das ist Level 3. Level 4. Ne Level 5. Genau. Und in Level 5 laufe ich dann hier zu dem Heiler. Und lasse mich da dann wiederbeleben. Und da werde ich mich der nächste Folge wieder melden. Weil der Weg dahin würde ansonsten 20 Minuten oder so dauern. Und das muss hier nicht unbedingt sein. Also sehen wir uns dann da gleich wieder. Machen das Ganze wiederbeleben. Gucken dann, was es mit dem Schalter da auf sich hat. und können dann auch noch wir können dann auch noch hier bei dem Löcher-Rätsel ich hoffe, da ist es auf der Kampung noch drauf. Hier haben wir unten Löcher-Rätsel gehabt. Da nochmal schauen, ob vielleicht nicht alles abgedeckt ist. Ob da noch irgendwas rumliegt. Das schauen. Und in Ebene wo ist meine Karte? Ebene 6. Es wird langsam unübersichtlich. Also die Ebene 6 hatte ich auch noch Schalter gefunden. Bei der Ein-Karten-Zeichen-Folge. Da könnten wir uns auch noch umschauen. Und allgemein waren wir mit Ebene 6 auch noch nicht fertig. Also das denn. Auch noch machen, bevor wir hier bei den Dunkel-Elfen weitermachen. Weil bei den Dunkel-Elfen ist doch noch ziemlich viel. Also einmal geht es hier weiter. Ja. Dann haben wir aber auch noch Level? Und irgendwo haben wir noch Level? Und irgendwo haben wir noch Level? Plus eins. Das war einfach nur eine Treppe hoch. Und dann waren da zwei Türen, die man öffnen konnte. Das heißt, ich war da mit euch noch nicht. Da könnte man also noch weitermachen. Ist ebenfalls noch ein Dunkel-Elfen-Gebiet. Und sind auch noch die Heuschrecken unten. Also gerade ist das ziemlich open world, was ich super finde. Am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass man nur an einer Stelle weiter kann. Aber momentan ist das Gefühl, auf jeden Fall an mehreren Enden weitermachen zu können, schon mal sehr schön. Wir sehen uns aber, wie gesagt, gleich bei dem Kleriker-Zwerg wieder. Bis denn. Bis denn. Untertitelung des ZDF, 2020